In der E-Mobilität nimmt die Anzahl moderner Hochleistungsladestationen für Nutzfahrzeuge stetig zu. Oft ist das Manko jedoch, dem Bediener das Handling des schweren Ladekabels einfach und sicher zu ermöglichen. Unser Kabelmanagementsystem ChargeRail Plus ist die praktikable Lösung mit hoher Effizienz und Zuverlässigkeit. Genau dort, wo der Bediener sie braucht. Mithilfe einer Funkfernbedienung, einem Zugseil oder einem fest installierten Taster wird das Ladekabel über ein motorisch betriebenes C-Laufschienensystem zur Verfügung gestellt. Nach dem Ladevorgang erfolgt die gesicherte Rückführung des Ladekabels in die Parkposition. Unser Kabelmanagementsystem ChargeRail Plus ist individuell auslegbar und kann somit an Ihre Anforderungen exakt angepasst werden. Unterschiedliche Ladekabelausführungen sind dementsprechend auch nahezu uneingeschränkt einsetzbar.